Mir macht gute Laune, wenn ich sage, dass Kinder miteinander glücklich sind. Also wenn ich sage, dass die Anna herkommt und sage, du darfst mitspielen und ich bin sehr glücklich darüber, dass sie mehr mitspielen lernen. Dass meine Cousine auf der Welt einen Geburtstag getötet hat, das macht mir gute Laune, weil ich sage, meine Cousine und ich freue mich oft darauf, wenn sie das Geschenkbuch packt. Dann lacht sie immer. Das macht mich richtig glücklich. Da hat meine Schwester gemerkt und dann ist sie aber mit einem Kindergeschenk zurückgekommen und hat sich richtig entschuldigt bei ihrer. Und dann habe ich das halt gesagt und habe mir gedacht, das mache ich auch, wenn ich jemanden will. Und das hat mich richtig glücklich gemacht, weil ich gesagt habe, dass der richtig glücklich war bei euch. Ich bin dankbar darüber, dass ich in Schwalgao kann und mit dem Gute Laune, mit dem Perma arbeiten kann, weil das macht mir immer richtig Freude darüber, wenn ich in die Schau und das Thema sage und dann auch sagen kann, was man da alles machen kann. Und das macht Spaß. Das war, wo wir uns selber kennengelernt haben. Also wo man sich selber kennengelernt hat, mit so was kann man zum Beispiel besonders gut und wo habe ich vielleicht ein bisschen nicht so gehört. Und das ist halt, wenn ich einen schlechten Tag habe, in der Schule oder so und dann will ich das machen, dann wäre ich gleich immer ganz, ganz glücklich. Und dann habe ich danach wieder richtig Freude. Ich kann gut im Woche einfach das, was glücklich macht. Das Glückstagebuch ist richtig cool, genau. Und gute Laune. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.